Vielleicht, nur ganz kurz, ich habe gerade vorher einen Satz gehört, der macht mich ziemlich sauer. Und zwar geht es darum, dass jemand zu mir gesagt hat, ach, schon wieder der Blödsinn da mit dieser Free-Man-Bewegung und da dieses ganze Geschwurbel da von wegen Bürger und Mensch und der ganze Blödsinn. Rein juristisch gesehen hat das überhaupt keine Berechtigung und früher oder später landen es alle in der Klapse. Also warum hören wir uns den Blödsinn überhaupt an? Und da möchte ich eins dazu sagen. Jeder hat hier das Recht zu sprechen. Jeder. Solange er niemand anderen angreift, solange er keine rassistischen Äußerungen tätigt, hat jeder Mensch hier das Recht zu sprechen. Und zwar warum? Weil nur weil ich der Meinung bin, die Wahrheit zu kennen und weil das meiner Wahrheit nicht passt, das was wir jetzt gerade gehört haben, heißt das noch lange nicht, dass ich Recht habe. So, und genau deswegen wird jeder hier sprechen können. Und dafür stehe ich ein. Vielen Dank. Applaus Weil ich gut zum E!' Tschüss. Ich brauche sie mit der Lage. Ich brauche sie & das nicht.